Er schießt daneben und das Spiel ist aus. Meine Güte, meine Güte. Gratulation an den MSV, riesen Kompliment an Eintracht Trier. Das Spiel ist aus. 10 zu 9 nach Elfmeterschießen gewinnt der MSV Duisburg im Trierer Moselstadion bei Auflage des Pokal-Endspiels von 1966, als die Bayern mit 4 zu 2 gewonnen haben.